Zimmerservice Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Jetzt sind wir beim Frühstück und ich habe die Hand dabei der Matthias und den weiß ich gut ein bisschen ein was wir schreiben hat Hand und Fuß ihm sagt er uns später wird der Matthias quasi wie spülen Warum und wer genau? Rezeption! Ja wir checken jetzt aus Kurz noch warten und dann geht's auf in ein Studio das sowieso eine Frau ist Wir sind alle schlank Wir wollen noch eine kurze Stärkung hier und dann geht's ins Studio und da treten wir bestimmt ein paar Promis Schauen wir mal wie der Hand zugegen ist Jetzt sind wir noch im Studio kurz hier einleisen wo normalerweise die Pominetten sitzen wo ist der Mikkel da bei mir und hier seht ihr die ganzen Knöpfe Das sind meine Schwindler-Kollegen der Rupert eigentlich Schlagersänger und der Bärlauf war da drüben wird das gerade einmal durchgebrockt weil das dann heute so abläuft Das ist eine gute Idee wie steht es denn da? Züchtiges Hallo aus den Katakunden So wir kommen jetzt gerade frisch für eine Probe Wir freuen uns Jetzt geht's umzählen Hier das gleiche Outfit damit es ihr nicht auffällt Jetzt geht's für uns alle Jetzt geht's für uns dann gleich auf Sendung in die Aufzeichnung Wir können jetzt nur ein bisschen so die Takes der anderen Kandidaten einschauen und man merkt schon der Fonsi ist recht aufgeregt weil das einfach was ganz ganz besonderes heute ist Die Neida-Vergänger sind die Maske noch wohl ein bisschen frisch machen Ich bin Tobias Herro und ich bin Schuhpladler Erstens ich bin aufgeregt und zweitens ich weiß gar nicht, ob ich der echte Tobias bin Oder ihr Wer weiß es? Ich bin der Tobias Ich bin der Tobias, hallo! Ich bin's anscheinend nicht Jetzt geht das auf jeden Fall los, oder? Los geht's! Wir sind jetzt im Beobachtungsraum Peter ist auch dabei Da ist unser Fernseher Da schauen wir uns das an Nummer 1 Wer sind Sie? Ich bin Tobias Herro, der Schuhpladler Nummer 2 Wer sind Sie? Ich bin Tobias Herro, der Schuhpladler Nummer 3 Wer sind Sie? Ich bin Tobias Herro, der Schuhpladler Nur einer von den Reihen Schuhpladler Stimmung in die Gude Und für ihn heißt es jetzt Sag die Wahrheit! So, also jetzt die Fragerunde ist rum Jetzt wird die Entscheidung getroffen, wer der echte Tobias Herro ist Wir haben es in Schmautschart Für uns geht's jetzt kein Studio in die Blattennetz Nummer 3 Ja! 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 Das war jetzt gar nicht ausstreuend, das war ein riesen Gaudi. Also wir haben gerade ein bisschen Spaß, die ganzen Insider von dem Dreh werden jetzt so glasst heute. Wir haben sich jetzt auch Glück gemacht und das war wirklich geil. Ich bin Tobias Hierro, der Schuhblattler und ich sage die Wahrheit. Einschalten, Montag, Spaß! ARD Text im Auftrag von Funk